Hallo meine Lieben, es ist wieder ein Gewinn angekommen und den packe ich einfach direkt mal aus von arbeitsschutzexpress.de Ich habe auf Instagram gewonnen, arbeitsschutzexpress heißt die Instagram-Seite, dort gab es einen von 20 dieser Arbeits-Winter-Handschuhe und zwar Helly Hansen heißt die Marke und die ziehe ich jetzt gleich mal an, um sie auszuprobieren, fühlt sich richtig gut an, halten sich auch warm So, heute Nacht soll es hier minus 2 Grad werden, ich habe gerade eben schon das Zitronenbäumchen reingestellt, damit das nicht erfriert Jawohl, also das sind die Handschuhe, die ich gewonnen habe, ja, auf Instagram haben es ungefähr 95 Personen kommentiert wenn es da wirklich 20 solche Handschuhpaare zu gewinnen gab, dann hat so ca. jeder Fünfter gewonnen Vielleicht ist ja auch jemand von euch dabei gewesen Also, vielen Dank an arbeitsschutzexpress für diesen tollen Handschuhe, diesen tollen Gewinn Und euch Leute, alles Gute weiterhin, macht's gut bis zum nächsten Mal, ciao!